Herzlich Willkommen hier bei WeLoveMMA. Heute reden wir ein wenig über UFC 256, Tony Ferguson, Charles Oliveira, Figueredo, Brent Moreno und natürlich über die nächste UFC Fight Night. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und einen Kommentar mit eurer Meinung zu den ganzen Themen oder eine Bewertung bei iTunes oder auch ein Follow bei Spotify. Vielen Dank schon mal fürs Zuhören und dann springen wir auch gleich mal zum vergangenen UFC Pay-Per-View UFC 256. Und ich sage es direkt, wer diesen Pay-Per-View nicht gesehen hat, der soll ihn sich doch bitte nachträglich anschauen. Wir hatten tolle Fights. Cyril Gahn besiegte Junior Dos Santos via TKO. Kevin Holland besiegte Jacare mit einem brutalen Knockout. Wahnsinn, wahnsinnig gut, wirklich. Und ja, Charles Oliveira besiegte Tony Ferguson. Schade, verdient. Es war eine unanimous decision. Charles Oliveira hat alle drei Runden gewonnen. Eine Runde hat er sogar 10 zu 8 gewonnen. Es gab eine sehr, sehr spannende Szene. Da hätte jeder Kämpfer quasi getappt, außer ein Tony Ferguson, bei dieser Armbar Ende der ersten Runde. Da ist man schon kurz aufgesprungen von der Couch und dachte sich, meine Güte, das war's. Aber Tony wurde dann quasi vom Rundenende gerettet. Saved by the Bell. Und wie geht's jetzt weiter für Tony Ferguson? Vielleicht ein Gagey-Fight? Vielleicht Michael Chandler? Ist natürlich die Frage, wie die UFC jetzt mit ihm weiterplant. Er wird im Februar 37. Das heißt, Ferguson ist auch nicht mehr der Jüngste. Und Charles Oliveira auf der anderen Seite ist natürlich jetzt einer der neuen Top-Contender für den Titel. Auch bei ihm denkt man sich, hey, einen Kampf kann er noch machen und dann kann er durchaus um den Titel kämpfen. Natürlich bleibt die Frage offen, was überhaupt aus dem Gürtel im Lightweight wird. Kommt Rhabib zurück? Kommt Rhabib nicht zurück? McGregor vs. Paul Rick könnte durchaus auch ein Titelfight sein. Aber solange der Titel nicht für vakant erklärt wird, wird es auch keinen neuen Champion geben. Nichtsdestotrotz denke ich, dass man Charles Oliveira auch gegen einen Michael Chandler kämpfen lassen könnte. Michael Chandler will jetzt sicherlich den Kampf gegen Oliveira oder aber auch Michael Oliveira gegen Justin Gaethje. Gaethje selber sagte, er hat kein Problem damit, wenn er direkt um den Gürtel kämpft. Er würde aber auch gegen den Sieger aus Paul Rick vs. McGregor kämpfen. Ich denke, dazu wird es nicht kommen. Man wird versuchen, McGregor vs. Paul Rick. Man wird versuchen, den Gegner, den Sieger gegen Rhabib kämpfen zu lassen. Wenn Rhabib nicht möchte, wird man vermutlich einfach den Sieger als neuen Champion küren. Und ich denke nicht, dass Gaethje direkt einen Titelkampf bekommt. Gaethje vs. Ferguson 2, beide kommen aus einer Niederlage. Oder Gaethje vs. Oliveira. Das sind beide sehr, sehr spannende Ansetzungen. Dann hatten wir im Main Event. Davidson Figueredo vs. Brandon Moreno. Beide haben vor drei Wochen bei UFC 255 gekämpft. Und Leute, das war wirklich einer der Kämpfe des Jahres. Ein super guter Kampf. Ich weiß nicht, ob ich Joanna Yen Jacek vs. Wei Li Zhang auf Platz 1 meiner Fight of the Year Rangliste setze. Oder wirklich Figueredo vs. Brandon Moreno. Weil beides wirklich grandiose Kämpfe waren. Unglaublich schön anzusehen. Und Figueredo und Brandon Moreno 110% gegeben haben. Und das, obwohl sie vor drei Wochen erst gekämpft haben. Figueredo hat jetzt nicht vier Siege 2020. Weil das ein Majority Draw war. Zwei Judges haben Figueredo bzw. Moreno eben dieses Unentschieden gegeben. Ein Judge gab Figueredo den Sieg. Was auch eine Folge davon war, dass Figueredo einen Punktabzug bekommen hat. Nach einem Lowblow. Es gab zuerst einen Eye-Poke. Später dann noch eine Aktion. Und dann hat der Referee gar nicht lange gefackelt. Hat gesagt, hey, passt auf. Ein Punktabzug für den Champion Davidson Figueredo. Was natürlich auch eine Message war. Danach gab es keinen einzigen Eye-Poke oder sonstiges mehr in diesem Kampf. Fand ich sehr gut. Der hat sehr, sehr konsequent gehandelt, der Ref. Und dann ging der Kampf auch ganz normal weiter. Ja, ich denke, ein Rematch wäre angebracht zwischen Moreno und Figueredo. Es war einfach sehr, sehr knapp. Man hätte auch Moreno den Sieg geben können. Ich denke, keiner hätte sich beschwert. Vor allem in Anbetracht dahingehend, dass wir einen Punktabzug bei Figueredo gesehen haben. Hat man schon damit gerechnet, dass Moreno dieses Ding vielleicht machen könnte. Wie dem auch sei. Das Flyweight ist wieder richtig spannend. Und dann schauen wir auch mal zur nächsten UFC Fight Night drüber. Steven Thompson gegen Joff Neal im Main Event. Steven Thompson, einer der besten Striker der gesamten UFC. Vor allem eben im Stand ein sehr, sehr starker Kämpfer. Joff Neal ist ebenfalls ein wahnsinnig guter Kämpfer. Platz 6 Steven Thompson gegen Platz 12. Joff Neal ist ein solides Main Event. War eigentlich Co-Main Event. Aber, weil Shimaev ausgefallen ist, beziehungsweise weil Edwards ausgefallen ist und der Kampf verschoben wurde, hat man das Co-Main Event nun als Main Event angesetzt. Im Co-Main Event sehen wir Jose Aldo gegen Marlon Vera. Auch sehr, sehr, sehr schöner Fight. Total cool, auch Jose Aldo wiederzusehen nach seiner Niederlage gegen Piotr Jan. Gito Vera, den haben wir gegen ein Sean O'Malley gesehen. Der hat sich auch sehr schnell beliebt gemacht bei den Leuten. Und das verspricht auch wirklich ein Fest zu werden. Wir haben ebenfalls Marlon Morales gegen Rob Font. Wir haben Greg Hardy gegen Marcin Taiboura. Wir haben Michelle Pereira gegen Chaos Williams. Wir haben Anthony Pettis gegen Alex Morono. Das heißt, die nächste UFC Fight Night wird wirklich, wirklich sehenswert. Und ich hoffe auch, dass die sich einige Leute anschauen werden. Allgemein war UFC 256, aber der letzte UFC Pay-Per-View für 2020. Der nächste UFC Pay-Per-View wird McGregor vs. Pori. Und darauf freue ich mich schon wirklich, wenn es heißt, ja, it's time. The Notorious ist zurück gegen Dustin the Diamond Pori. Das wird ein grandioses Event, denke ich. Ein grandioses Main Event auf jeden Fall. Und auch ein sehr, sehr wichtiger Kampf für die Zukunft des Lightweights. Denn das Lightweight ist nach wie vor einfach ultra spannend. Wir haben Conor McGregor, wir haben Dustin Poore, wir haben Charles Oliveira, wir haben Justin Gaethje, Michael Chandler. Und ich will Tony Ferguson auch nicht aus dieser Diskussion rausstreichen. Ich will nicht Tony Ferguson abschreiben. Ja, er hat eindeutig verloren. Ist schon das zweite Mal. Wenn nicht so eindeutig wie gegen Justin Gaethje. Das stimmt. Aber nichtsdestotrotz hat er einfach ganz klar verloren. Wie geht es weiter mit Tony? Tony vs. Khabib. Die Idee ist auf jeden Fall komplett gestrichen. Tony vs. Khabib wird es nicht geben. Hätte Tony gewonnen, hätte ich gesagt, okay, die UFC wird alles dran setzen und versuchen, diesen Kampf zu buchen. Aber jetzt, nee. Das wollen die Fans auch gar nicht mehr sehen, denke ich. Auf jeden Fall war es das mit der Review und der Preview. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.